Kinder brauchen Vater und Mutter So, hallo Cengiz, vielen Dank, dass du hier ins Interview kommst und von dir erzählen willst als Vater, der entrechtet ist. Hallo, erst mal. Hallo, hallo. Und ich muss dich wie bei einem anderen am Anfang darauf beweisen, dass alles, was du erzählst, ist deine Meinung. Das hat rechtliche Gründe, da habe ich dich drüber aufgeklärt. Dann erzähl doch bitte am Anfang ein bisschen kurz über dich. Wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Cengiz. Ich bin 39 Jahre alt. Im Augenblick bin ich Angestellter an der Universität in Tübingen. Dort arbeite ich in einem Arbeitskreis in der Strukturaufklärung von Proteinen. Ich habe vor anderthalb Jahren während dieser ganzen problematischen Sache mit den Gerichten und den Jugendämtern, habe ich meine Doktorwürde gleichzeitig gemacht, erlangt. und hänge halt dann seither und davor halt dann auch so ein bisschen in der Luft. Also ich, weil ich weiß halt dann irgendwie gar nicht, wie das halt dann irgendwie weitergehen soll mit meinem Sohn. Ich wusste es halt dann auch vorher nicht und ich werde halt dann immer wieder weggeschickt oder meine Anträge finden halt dann kein Gehör oder werden halt dann irgendwie umgedreht oder ich weiß jetzt nicht, was das ist. Und das heißt, du hast einen Sohn? Einen Sohn, der ist und der lebt halt bei der Mutter in Freiburg, in Kreisgau. Und ich bin halt dann hier in der Zeit halt dann in Tübingen. Und die Sache war die, also familienplanungsmäßig waren wir uns eigentlich halt dann mit meiner Ex-Frau halt dann einig darüber, mehr oder weniger einig halt dann auch darüber, dass wir halt dann ohnehin, nachdem ich halt die Universität abgeschlossen habe, meine Prüfungen abgeschlossen habe, sprich die Doktorwürde erlangt habe, oder halt dann zum Beispiel halt dann überall in der Welt halt dann irgendwie irgendwo leben würden. Es ist halt dann so, dass es sich halt dann einfach hinzieht. Mein ganzes letztes Jahr, das erste Jahr der Postdoctoral Period ist halt dann auch schon mittlerweile verschwommen, also ist verflossen. Und also auch von der Lebensplanung her stehe ich halt dann eigentlich total in der Lucht. Ich habe jetzt erst vor zwei Monaten halt dann wieder ein bisschen Mut gefasst, Mut zum Leben gefasst halt dann auch. Und ich versuche halt dann irgendwie das Beste halt dann aus der Situation halt dann eben auch zu machen. Ich merke, also du bist ja Wissenschaftler, du bist Doktor. Und ich merke, dass du jetzt gerade eher durcheinander redest. Ja, also ist das was, was mit deiner persönlichen Situation zu tun hat? Kennst du dich selber gar nicht so, dass es einfach so aus dir raussprudelt emotional? Sprudelt, glaube ich, aus mir halt dann irgendwie heraus irgendwie, weil ich lebe halt dann auch nicht mehr wirklich so mit Planung oder sowas irgendwie, sondern ich lebe halt dann irgendwie so, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Ja. Die Sache ist die, also ich empfinde halt dann eben eine Verantwortung halt dann auch für meinen Sohn. Und da muss ich da halt dann auch entsprechend halt dann auch tun, was halt dann eben notwendig ist. Ja. Und ich versuche halt dann alles Mögliche halt dann immer drumherum zu planen. Ja. Und deswegen kann es halt dann sein, dass ich manchmal gleich ein bisschen kundfus halt dann irgendwie dahin komme. Weil ich habe halt auch so viele Sachen halt dann auch im Kopf, die ich halt dann auch gleichzeitig halt dann irgendwie machen muss. Ja. Also das heißt, deine persönliche Situation mit deinem Sohn, den du zurzeit gar nicht siehst? Oder wie ist das gerade? Von Gerichts wegen habe ich ein Anrecht auf drei Stunden betreuten Umgang im Kinderschutzbund wöchentlich. Das ist was vorgegeben. Drei Stunden wöchentlich Kinderschutzbund. Was umgesetzt wird davon, ist alle zwei Wochen zwei Stunden. Das heißt tatsächlich umgesetzt heißt, die Mutter lässt nicht mehr zu oder du kannst nicht mehr machen? Es ist so, wie gesagt halt, deswegen bin ich halt dann auch so ein bisschen konfus irgendwie. Wir haben damals vor Gericht, haben wir halt dann gemeint, wir möchten mehr Umgang. Seit drei Jahren, der Richter im Amtsgericht in Freiburg hat nämlich darauf hingewiesen, dass wir die Umgänge erweitern sollten. Also das ist halt dann geplant, dass die Umgänge erweitert werden. Das war 2015. Mittlerweile haben wir 2018. Wir haben mit einer halben Stunde Umgang, betreuten Umgang angefangen im Kinderschutzbund. Das war Anfang 2015. Und das sollte halt dann erstmal auf zwei Stunden ausgeweitet werden, so schnell es geht. Das hat sich ungefähr ein Jahr lang hingezogen. Und damals hieß es halt dann auch schon, okay, nachdem die zwei Stunden erreicht sind, kommt dann die nächste Stufe. Also ich paraphrasiere das halt. Und die Begründung war, dass er da eben noch sehr jung war, dein Sohn? Die Begründung war unter anderem, dass er halt dann noch sehr klein ist, halt dann noch sehr anhänglich ist zu der Mutter und so. Und dass er halt dann auch, bis er zwei Jahre alt war, gestillt worden ist, also mit der Brust gestillt worden ist auch. Das hat die Mutter halt dann auch für sich entschieden. Kann sich auch machen, also ich finde halt dann da auch nichts, was man da gegen mich einwenden könnte würde. Nur das hat halt dann auch so ein bisschen den Beigeschmack, dass das Kind halt dann auch für die eigenen Zwecke halt dann instrumentalisiert wird. Wenn zum Beispiel Umgang ist, da wird wirklich auf die Minute das Kind abgeholt. Also da wird halt auch nicht mal irgendwie so fünf Minuten zu spät oder sowas halt sein. Und du hast den betreuten Umgang, weil das Kind damals noch so jung war oder hat der betreute Umgang noch einen anderen Grund? Der betreute Umgang hat noch einen anderen Grund. Da muss ich wieder ausführen, das mag jeder ein bisschen konfus halt dann irgendwie kommen. Also ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin von der Herkunft her türkisch. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe hier Freunde gehabt und habe. Und bin hier halt dann, ich sage mal, komplett sozialisiert worden. In der türkischen Diaspora bin ich halt dann dementsprechend halt dann auch mehr Deutscher. Bei den Deutschen bin ich halt dann irgendwie auch mehr Türke. Das ist halt so ein Mitteldinger. Das ist halt so eine Hybrid-Identitätsgeschichte. Was auch so interessant ist. Das Ding aber ist, dass ich plötzlich von, nachdem die Mutter das eben eingeworfen hat, wird mir halt dann seither ohne Beweis, ohne faktische Grundlage, wird mir halt davor geworfen, ich wollte das Kind in die Türkei entführen. Ich war das letzte Mal in der Türkei 2012 mit meiner Ex-Frau. Okay, verstehe. Und diese ganze Situation bringt dein Leben völlig durcheinander. Du bist eigentlich ein, also schätze ich dich jetzt ein, rationaler, logisch denkender Mensch, der die Doktorwürde hat und dessen Leben aber jetzt komplett durcheinander ist. Was ist da passiert? Also wie kann das Leben eines Vaters in Deutschland derart aus den Fugen geraten, dass er in einem Interview hier derart alles aus sich raussprudeln lässt, um es einfach loszuwerden? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Also ich hadere halt dann auch immer, dem Ganzen halt dann irgendwie so einen Sinn überzustülpen. Also oft sagen die Leute ja, man kann halt im Leben nichts planen, halt dann Dinge passieren halt dann irgendwie. Und das sind halt einfach so Dinge, die halt dann irgendwie passiert sind. Also wir hatten halt, ich habe halt geheiratet, das ging halt dann alles in seinen geregelten Gang. Ich hatte ein Kollegium halt dann eben gehabt, auch teilweise Leute, die halt dann auch freundschaftlich halt dann auch waren. Und hatte eine Wohnung neu angemietet in Tübingen-Lustnau, auch mit meinen Kollegen, als meine Frau hochschwanger war, damit wir halt dann eine größere Bude halt dann eben haben. Und irgendwas ist dann halt dann irgendwie mit meiner Ex-Frau passiert. Ich will ihr halt auch nichts unterstellen. Ich habe selbst nichts gemerkt, ich bin kein gewalttätiger Mensch oder sonst irgendwas. Und irgendwas ist da halt dann passiert und sie hat sich es anders überlegt. So viel kann ich halt dann nur sagen. Sie hat sich es halt dann irgendwie anders überlegt. Ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich damals war, außer dieser zusätzlichen, konfusen Art halt halt irgendwie. Bin ich immer noch der gleiche Mensch wie damals halt dann auch. Und sie hat sich es halt dann anders überlegt. Und hat halt dann in meinem Rücken sozusagen den Kindesentzug bereits vorbereitet gehabt. Ich glaube, ich glaube... Kindesentzug heißt, dass sie nach Freiburg umgezogen ist, von Tübingen. Ja, nach Freiburg umgezogen ist. Sie hat halt dann nach... Das sind ungefähr, wie viele Kilometer Tübingen-Freiburg? Ungefähr 150, 150 mit dem Auto. Ja, aber es ist natürlich schwer, das Kind regelmäßig zu sehen. Also ich habe das wirklich... Ich mache das ja seit 2015 wöchentlich. Und das heißt, ich bin da halt dann abwechselnd Samstag und Montag immer hingefahren. Sodass halt dann irgendwie der Tonus halt dann immer so auf wöchentlich halt dann irgendwie hinkommt. Das heißt, zwei Stunden runter, zwei Stunden hoch. Das heißt, Wochenende futsch, Arbeitstag futsch, wie auch immer. Privatleben, klar, das ist sowieso nichts und so. Und naja, und das ging halt dann seit 2015 mache ich das. Und wie gesagt, irgendwas ist da passiert mit der Mutter vom Kleinen. Und hat halt dann das vorbereitet, offensichtlich. Und nachdem der Kleine dann halt dann auf der Welt war, hat sie halt dann noch gewartet, bis sie halt dann auf dem Wochenbett halt dann noch rauskommt. Und das hat halt auch nochmal einen Monat gedauert. Da habe ich Urlaub genommen, habe mich um das Babyhatsen gekümmert und so. Und dann plötzlich, als er drei Monate alt war, kam dann offensichtlich vom Frauenhaus in Freiburg dann ein Transporter, das habe ich vom Nachbarn erzählt gekriegt. Ach was. Ein Transporter vor das Haus gefahren. Und zwar zu der Zeit, wo ich halt noch auf der Arbeit war, also noch an der Universität, halt im Labor noch tätig war. Ich bin an dem Tag trotzdem früher nach Hause gekommen, das ist auch sehr, sehr interessant. Ich bin an dem Tag, vielleicht eine kleine Anekdote, heißt halt irgendwie, normalerweise bin ich halt dann bis vier oder fünf Uhr halt dann irgendwie ungefähr dort. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. An dem Tag, genau an dem Tag ist bei uns im Institut der Server ausgefallen. Und wir haben halt dann kritische Daten halt auf dem Server gelagert und die Garantie für die konnte nicht mehr gewährleistet werden. Also musste ich nach Hause fahren, früher als sonst, um eine Festplatte oder sowas zu holen, damit ich halt die Sachen halt dann irgendwie speichern kann, halt dann die auf dem Server, bevor der Server abstirbt. Und kaum bin ich zu Hause, sehe ich, dass die halbe Wohnung leergeräumt ist. Und man ist halt plötzlich halt dann irgendwie in so einem Schockzustand, irgendwas ist hier gerade passiert. Und man weiß halt dann im Kopf automatisch, oh okay, ich weiß, was hier gerade passiert. Aber man will es halt dann irgendwie nicht wahrhaben. Ja, und wurde dir dann vorgeworfen, dass du gewalttätig seist? Oder warum kommt das Frauenhaus mit dem Transporter? Das Frauenhaus kommt mit dem Transporter, weil die Mutter halt dann einfach sich beklagt hat über irgendwas. Also es gab, ah genau, das habe ich übersprungen. Sie hat nämlich, es war an einem Mittwoch war das, 2014, im Juli. Und am Sonntag davor, also zwei, drei Tage davor, hat sie die Polizei zu uns nach Hause gerufen. Sie wollte halt dann irgendwie Essen kochen oder irgendwas machen halt dann in der Küche. Hat halt eine Pfanne mit Öl auf die Herdplatte gestellt und dann die Herdplatte halt dann auf volle Leistung hochgedreht. Und wollte das Ding halt dann auch nicht wieder abdrehen. Das heißt, sie hatte wirklich vorgehabt, das Haus abzubrennen. Man hat halt dann wirklich vom Schlaf zum Haus hat dann schon gerochen. Und dass da irgendwas, so ein schwelender Geruch halt dann schon in der Luft. Also man hat das Öl halt in der Luft schon bereits gerochen. Und da gab es halt dann einen Schrei, also es gab halt einen Streit. Und ich habe sie halt dann irgendwie dazu gekriegt, verbal, dass sie selbst, und zwar die Betonung auf sie selbst, sie war schon aus dem Wochenbett raus, in die Küche geht und dann diese Herdplatte ausstellt. Also halt so ein Machtspiel hat dann irgendetwas. Hast du, ich will nicht zu tief da einsteigen, weil... Ich versuche halt so gut, es geht halt in einiges Feld, ja, weil es ist ja immer eine Interpretation, ja, und selbst... Und das ist ja auch sehr psychologisch halt dann auch. Ja, also selbst die Fachleute haben ja, aus meiner Erfahrung heraus, einfach nur ihre Interpretation des Innenlebens eines Menschen. Aber könnte es sein, dass deine Ex-Frau eine postnatale Depression hatte, könnte... Das ist sehr gut, also so das sagst, weil sie hat nämlich noch vor der Geburt, hat sie nämlich darauf hingewiesen, dass sie nämlich so etwas haben würde. Sie meinte halt, also irgendwie, das müsste man halt dann auch, meine Ex-Frau halt dann auch kennen, um die halt dann entsprechend halt dann auch einschätzen zu können. Also sie hat wirklich gesagt, dass sie davon ausgeht, dass sie nach der Geburt eine Depression haben wird. Also sie hat sich schon bereits mental darauf eingestellt irgendwie. Okay, gut. Dann lassen wir mal dieses Thema mit der psychologischen Komponente. Und ich glaube, da gibt es genug Väter, die da selbe Erfahrungen haben, direkt nach der Geburt, später, nach mehreren Kindern und so weiter. Und vor allem auch dieser Aspekt, ja, wenn man vom Mann zum Vater wird, ja, wenn das erste Kind kommt, ist ja auch nochmal interessant, was da passiert, bei einer Frau und auch beim Mann natürlich. Ich würde jetzt gerne nochmal auf dein Leben zurückkommen. Also du hast gesagt, eure Vision war, wenn du deine Doktorarbeit abgegeben hast und die Doktorwürde hast, dass ihr dann in der Welt herumreist. Was du wirklich bekommen hast, ist, dass sich deine Welt verengt auf Tübingen und Freiburg und auf die Erde dahin. Und dass du unter Aufsicht dein Kind, mit dem du frei in der Welt herumreisen wolltest, wahrscheinlich um deinem Kind auch so ein Lebensgefühl ganz früh zu vermitteln, dass du dieses Kind nur unter Aufsicht sehen kannst. Was ist da, also es klingt ja absurd, wie da deine Lebensvision sich plötzlich in ihr Gegenteil verkehrt hat. Ja, was ist passiert, also um es halt wirklich aufeinander zu bringen, deutsche Gerichte, deutsche Ämter sind passiert, also anders kann ich das halt dann wirklich nicht sagen. Es ist wirklich erstaunlich, und vielleicht rede ich jetzt gerade halt dann auch zu subjektiv und zu emotional, wie total bei diesen Angestellten die Eigenschaft, also die menschliche Eigenschaft, was total abhanden ist, Situationen richtig einzuschätzen, einzuordnen und darauf halt dann auch entsprechend reagieren zu können. Es ist wirklich total unglaublich. Also es ging wirklich nicht mehr anders als über Gerichte, weil ich musste ja wissen, wo mein Kind ist, wo der Sohn halt dann hin ist. Du wusstest es am Anfang gar nicht. Dir wurde nicht gesagt, wo deine Ex-Frau oder damals noch Frau mit dem Kind ist? Nein, es wurde mir nicht gesagt halt dann irgendwie, also es kam alles nach und nach halt dann raus. Erstaunlicher, ich weiß nicht, wovon ich jetzt genau erzählen soll, also es ist, also was ich danach halt dann direkt gemacht habe, ist klar, natürlich die Gerichte aufsuchen, weil das sind ja eigentlich diejenigen, die dafür halt dann zuständig sein müssen. Also ich bin dann halt dann irgendwie hier, habe Antrag halt dann hier in Tübingen halt dann gestellt entsprechend im Amtsgericht und habe dann eben gehofft, dass da halt dann irgendwie sich was bewegt. Und da hat es halt dann eben auch nochmal zwei Monate gedauert irgendwie. Vor allem, wenn es halt um Kind hinzugehen, dann nochmal zwei, drei Monate zur Wahl habe ich mir auch gedacht, was ist hier eigentlich los? Auf jeden Fall kam halt dann immer der Gerichtstermin zustande. Und da wurde halt dann eine Vorladung halt dann auch an die Mutter geschickt, an das Frauenhaus hier in Tübingen. Und damit hat es sich halt dann auch bewendet. Sie kam natürlich nicht zum Gerichtsverhandlung. Sie war ja in Freiburg. Das wusste aber offensichtlich keiner. Und das Frauenhaus hier in Tübingen hat halt dann auch irgendwie da sich nicht darum gekümmert. Also ich weiß auch gar nicht, was die mit dem Brief dort gemacht haben. Das hört sich ja echt an, als hätte deine Frau vor dir geschützt werden müssen, dass dir heimlich wird, wo sie ist mit dem Kind, als wärst du eine Gefahr für beide. Ja, genau, genau. Und das wurde halt ohne Beweis, ohne gar nichts, wurde das halt dann eben entsprechend einfach konzentriert. Aber bist du eine Gefahr für deine Ex-Frau und dein Kind? Nein, also ich habe meiner Frau gegenüber, habe ich nie die Hand erhoben zum Beispiel, anders als ihr eigener Bruder das bei ihr gemacht hat. Das kann ja, das kann, also es gibt jetzt sicher genug Menschen, die dieses Video sehen und sagen, das kann nicht sein. Deutsche Ämter und auch ein Frauenhaus wird nicht einfach so eine Frau und ihr Kind vor einem Mann verstecken. Das machen die einfach. Du rufst, wenn du eine Frau bist, dann rufst du dort halt dann einfach an und sagst, hey, ich habe ein Problem. Ich komme mir nicht mehr klar. Die ist das. Und dann, das wird auch überhaupt nicht geprüft. Das wird auch überhaupt gar nicht geprüft. Und dann steht halt dann, wie in meinem Fall, der Transporter vor deiner Wohnung, während du halt dann auch gerade nicht da bist, damit du halt dann vielleicht noch das Kind halt dann irgendwie noch halten könntest oder sowas. Und dann sind die weg. Und dann wird halt dann das Nötigste mitgenommen. Der Rest wird halt, also der Rest an Gütern wird halt dann über Gericht dann halt dann eben, durch dieses Aufteilen halt dann irgendwie, über Aufteilungsdingen halt dann irgendwie dann geredet. Und die sind dann halt dann tatsächlich weg. Und du hast halt überhaupt keine Ahnung, wo ist eigentlich mein Kind? Und dann stehst du halt dann da und dann denkst du dir, oh, okay, irgendwas ist hier nicht gut gelaufen irgendwie, ne? Das heißt, es reicht völlig, dass deine Ex-Frau irgendwie angedeutet hat, sie hat Angst vor dir oder sie müsste beschützt werden vor dir. Und dann fing sozusagen die Maschinerie an. Dann fing sozusagen die Maschinerie an. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum zwei, drei Tage vorher die Polizei bei uns zu Hause war. Das war nämlich sozusagen der erklärende Grund beim Frauenhaus. Ja, die Polizei war bei uns zu Hause. Ich brauche jetzt Hilfe. Dabei war sie eigentlich der Grund, warum die Polizei bei uns zu Hause war. Die Polizei, die bei uns zu Hause war, die hat nachgeguckt, die hat nichts gefunden. Das hat mir halt dann auch der Einsatzleiter, als man vier Wachtmeister warnd ist, hat mir dann halt dann auch entspricht, hier ist nichts passiert, hier ist gar nichts. Aber sie hat halt trotzdem die Polizei gerufen. Das heißt, sie vermute ich, ich weiß es nicht, vermute ich, hat er noch beim Frauenhaus so angemeldet. Die Polizeiakte zu diesem Einsatz an diesem Tag ist auch schon mittlerweile nach einem Jahr gelöscht worden. Und das macht die Polizei halt dann entsprechend halt dann auch nur, wenn wirklich nichts vorhanden ist. Wenn da halt dann wirklich was vorgefallen wäre, ich weiß nicht, ich hätte zum Beispiel grün und blau geschlagen oder sonst irgendwas gemacht halt dann irgendwie oder keine Ahnung, weiß Gott, was es da noch alles gibt, dann wäre der Polizeibericht noch, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, nach drei Jahren noch halt dann irgendwie noch vorhanden. Und die könnte man halt dann auch abrufen zum Beispiel. Und das hat mir halt dann auch meine Anwältin halt dann auch die Polizei gesagt. Da ist halt nichts passiert. Sie hat die Polizei gerufen, die Polizei kam, hat nichts vorgefunden. Daraufhin hat sie halt ein Hotelzimmer im Frauenhaus gesucht. Und das Frauenhaus hat es halt dann irgendwie dann angenommen, ist dann gekommen, sogar unterstützend. Ist ja sehr, sehr, sehr lobenswert. Und dann haben sie halt dann sozusagen Frau, Kind und teilweise Güter halt dann einfach wegtransportiert zum Ort des Wunsches eben. Und dann sind die weg. Also in mir macht sich gerade im Bauch so ein ganz tiefes, dunkles Loch auf, wenn ich da eine Geschichte höre. Da ist viel Angst, weil wenn so etwas möglich ist, ist ja alles möglich. Im Prinzip ja. Und das ist halt dann auch so meine Wahrnehmung der letzten Jahre. Ja. Deswegen fällt es mir halt dann auch im Allgemeinen sehr schwer, eine staatliche Institution überhaupt noch einigermaßen ernst zu nehmen. Wie geht es dir so persönlich? Damit kannst du noch gut schlafen nachts? Hast du soziale Kontakte? Ist es wie vorher? Oder wie wirkt sich diese Ohnmacht oder auch diese Angst aus? Puh, schwer zu sagen. Also man kann sich halt, wenn man in der, wenn man halt dann auch in der Wissenschaft tätig ist, kann man sich halt dann auch in die Arbeit stürzen. Also kannst du dich da noch konzentrieren und auch rational, logisch arbeiten? Das ist dann, das ist für dich quasi wie Meditation. Da kannst du abschalten und bist dann drin. Ja, weil wenn man da halt dann arbeitet, das folgt halt dann alles auch bestimmten Regeln halt dann auch in bestimmten Grundsätzen halt dann irgendwie. Also natürlich ist man halt dann auch immer überrascht über gewisse Dinge, wenn man da halt dann an der Entwicklung von irgendwas arbeitet. Aber man findet halt halt immer so eine Erklärung dafür. Aber wenn du zum Beispiel keine Erklärung findest, dann gehst du halt natürlich mal für andere und er findet halt zum Beispiel eine Erklärung dafür. Das ist ja wissenschaftliches Arbeiten, ist ja die Validierung einer Behauptung. Und jetzt hast du ja, also in der Wissenschaft erlebst du, dass du mit Kollegen und Kolleginnen, der behauptet jemand was, dann fragen die, okay, bitte weise es nach. Dann sagst du, ich habe ja ein Experiment gemacht. Dann sagen die, ich glaube dir nicht ganz, ich überprüfe mal dein Experiment. Dann sagen die, okay, das Experiment stimmt, aber ich glaube, du hast einen Aspekt vergessen. Dann machen die ein anderes Experiment. Genau. Und so nähert ihr euch sozusagen der Wahrheit. Und was du dein Berufsleben erlebt hast, ist ja in totalem Gegensatz zu dem, was du im Privatleben und dann ja auch auf rechtlicher Ebene erlebt hast. Ja. Wo ja, willst du es beschreiben, wie findet denn da die Wahrheitsfindung statt? Das ist eben, ich bin da immer noch nicht auf den Trichter gekommen, wie das hier mit Ämtern, Gerichten etc. Behörden, als dann irgendwie mit der Wahrheitsfindung abläuft. Also nochmal, in der wissenschaftlichen Arbeitsweise kann man halt sogar Fehler definieren halt dann eben. Also man weiß halt dann auch, man stellt eine bestimmte Überhauptung auf und dann sagt man, aber in einem gewissen Rahmen. Da muss man die Sache halt dann irgendwie, die Sachlage betrachten. Also man kann halt dann alle möglichen Grenzen setzen, weit, eng, wie auch immer. Und man muss halt dann auch noch dazu sagen, also wir arbeiten halt dann dort mit lebender Materie, mit einfachen Organismen zum Beispiel oder auch teilweise mit komplizierteren Organismen zum Beispiel und mit Prozessen versuchen, die zu beschreiben. Man kann halt dann alles Mögliche da dann irgendwie entsprechend machen. Genau, was ich sagen wollte, ist, man arbeitet halt dann sozusagen mit unmenschlicher Materie oder sowas. Also das heißt, da geht es halt nicht um menschliche Kontakte oder sowas, also man beschreibt einfach gewisse Prozesse. Währenddessen halt dann eben bei den Behörden die Sachlage halt dann eher so ist, dass man es halt dann mit Menschen eben zu tun hat. Das heißt, da kommuniziert man ja halt dann auch auf einer bestimmten Ebene. Das heißt, man kann ja sagen, okay, das ist so, das ist so. Aber ich verstehe ja trotzdem, weil du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und ich weiß halt, ich kann die Situation halt dann irgendwie nachempfinden. Und da bin ich halt wirklich in den letzten vier Jahren komplett auf taube Ohren gestoßen irgendwie, sowohl vom Jugendamt, als auch von den Gerichten. Da will wirklich niemand sich auch nur bemühen, den Gesetzen entsprechend, den Regularien entsprechend, so wie das halt dann wirklich überall auf der Welt stattfindet, offensichtlich, irgendwie dir entgegenzukommen oder sowas. Also man stößt wirklich da die Tür in dieser Mauer, aber da ist keine, also nicht für mich, da ist keine Mauer, da ist keine Öffnung für mich halt dann irgendwie vorhanden. Und da kann ich, ich habe wirklich mich in den Gerichten um wirklich geredet und erzählt und mich kurz gefasst und versucht irgendwie alle möglichen Möglichkeiten zu ergreifen, meinem Gegenüber, dass er das versteht, zu beanschaulichen, was da eigentlich gerade passiert. Eben also zwischen, also in meinen Rechten als Vater gegenüber meinem Sohn. und da ist null Verständnis, da ist gar nichts, da ist wirklich alles total woher. Was ist diese Mauer, durch die es keine Tür für dich gibt? Also zum Beispiel, dass ich halt dann versuche, die Situation zu beschreiben, dass das, was mir halt dann vorgeworfen wird, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also dass es halt eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, dass es sogar stellenweise, dass es sogar stellenweise wirklich ungesetzlich, offensichtlich gehantiert wird, wenn man sich die Paragraphen halt dann irgendwie anguckt, wegen Sorgerecht oder dergleichen, dass einem wirklich, dass es verunmöglicht wird, Kontakt zu seinem Kind zu haben. Das ist ein elementares Menschenrecht. Deswegen brechen überall auf der Welt Kriege aus, weil Eltern der Zugang zu ihren Kindern verwendet oder weil Eltern und Kinder zum Beispiel weggenommen werden. Also das tun sich wirklich, das tun halt eigentlich im Prinzip, und das sage ich ganz offen, nur repressive und oppressive Staatssysteme. Und also das kann man überall halt dann irgendwie nachverfolgen, auch hier in den Zeitungen. Und es ist wirklich unglaublich, dass es wirklich solche Schlupflöcher gibt, hier in Deutschland, wo sowas einfach gemacht werden kann. Es ist unglaublich. Sind das nach deiner Einschätzung Schlupflöcher oder ist es ein System? Ist es eine Denkweise? Sind es Muster? Sind es Routinen, Vorgehensweisen, die schon tief verankert sind in den Behörden? Also ich habe da wirklich jetzt halt dann auch im Zusammenhang mit anderen Vätern habe ich da halt dann auch mich sehr ausgetäuscht und alles sehr rationale Menschen und sehr auch intelligente Menschen dabei. Und ich weiß es nicht, also es hängt vielleicht halt dann auch mit der nicht vollständigen Gewaltenteilung in Deutschland halt dann wirklich zusammen, dass zum Beispiel die Gerichte halt dann direkt, indirekt dem Justizministerium zum Beispiel unterstehen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin halt auch kein Jurist. Ich kann da halt dann auch nur meine Meinung oder meine Vermutung halt dann auch dazu äußern. Also Tatsache ist, jetzt im Sorgerechtszusammenhang zum Beispiel, da wird nämlich das Sorgerecht kann nur auf einen Elternteil, ich frage mich bitte hier nicht nach den Paragraphen, aber so wie ich das halt erwähne, der Hauptparagraph, da gibt es noch zwei andere, da wird das Sorgerecht nur übertragen im Falle von Kindeswohlgefährdung und im Falle, wenn das andere Elternteil dem zustimmt. Und in meinem Fall wurde es einfach mal so übertragen. Und das kann einfach nicht sein. Also das geht einfach nicht. Da ist halt dann zum Beispiel auch diese Mauer halt dann irgendwie. Da kann es hingehen und sagen, ja, ich kümmere mich, also eigentlich bin ich in der Gerichtsverhandlung der Einzige, der sich um das Kindeswohl sorgt. Das sage ich ganz offen als dann irgendwie. Die Mutter, entsprechend ihrer Handlung, tut es ja offensichtlich nicht. Also nochmal zum Sorgerecht. Ihr habt ja, beide Eltern haben ja automatisch das gemeinsame Sorgerecht und das wurde dir entzogen ohne Begründung? Das wurde schon gegründet. Also da ist halt dann ein riesiger Absatz halt dann irgendwie und da steht halt dann irgendwas von Kindeswohlgefährdung und Unzumutbarkeit und halt das übliche Tra-Ra. Also es kommt irgendwie darauf an, wie man das halt dann betrachtet. Ich sage, es ist nicht beweisbar, es ist nicht belegbar, es ist nicht unbegriffen nachvollziehbar. Es ist total abstrakt einfach. Also da werden Fakten geschaffen. Da wurden Fakten geschaffen, dass die Mutter das Kind halt dann irgendwie bei sich behalten kann, dass ich so wenig wie möglich Zugang zu meinem Kind habe, sowohl erzieherisch als auch in irgendeiner anderen Art und Weise. Und dann wird halt dann gesagt, ja, der Vater hat halt in dieser Gleichung nichts zu suchen halt dann irgendwie, weil das Kind ist ja schon bei der Mutter. Also das erschließt sich einem nicht. Also auf der einen Seite sorgt dieses ganze Konglomerat an, und Behörden dazu, dass das Kind bei der Mutter landet und dann am Ende zu sagen, ja, aber wozu brauchen wir denn jetzt noch den Vater überhaupt noch? Und das ist halt ein Prozess, der zieht sich über vier Jahre hin. Und es sind halt immer diese kleinen Nadelstiche, mit denen man halt dann als Vater gegen diese Wände anläuft, wo man weiß, okay, ich habe ein Recht drauf, mein Kind hat ein Recht drauf. Und man versucht, man geht hin und man denkt sich, okay, eigentlich müssen die mir ja Recht geben. Es ist ja nicht so, dass ich etwas Unmögliches hier verlange. Und dann stellt man fest, hey, da ist wieder irgendwie so eine total komische Begründung, bist du wieder gerade abgeschmettert worden. Und man spürt das wirklich. Vor allem jetzt halt dann in vier Jahren, kann ich jetzt halt dann auf die letzten vier Jahre zurückgucken, und ich erkenne wirklich mittlerweile wissenschaftlich, halt dann wirklich so eine Tendenz halt dann da drin. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber das halt dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, ist halt total schwierig. Wenn man alleine halt dann zu Freunden oder zu Kollegen oder zu Familienangehörigen halt dann irgendwie geht und den Leuten das halt dann auch erzählt, die denken sich, ach komm, irgendwas hast du doch gemacht, oder? Und dann sagst du halt, hey, was soll ich denn gemacht haben? Okay, ich bin kein perfekter Mensch oder so, ich mache halt dann vielleicht auch Fehler, aber das steht ja in überhaupt gar keinem Verhältnis zu dem, wo man gerade halt dann irgendwie situativ sich halt dann irgendwie da befindet. Also auch ohne jetzt halt dann irgendwie komplett obsessiv halt dann irgendwie zu werden oder sowas. Und das schließt sich einfach nicht. Und dann sagt man, erzählt man es halt dann irgendwie im Bekanntenkreis und sagt, ja, ja, aber die Gesetze werden halt schon so sein. Die Gesetze sagen halt dann eben etwas komplett anderes, als das, wie man da halt dann entsprechend behandelt wird. Und dann heißt es, ja, aber irgendwas muss so weiter. Und dann dreht sich es halt dann immer im Kreis, immer im Kreis halt. Wie mache ich jetzt weiter? Sorry, ich bin wieder ziemlich viel rumgesprungen, glaube ich. Nein, 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 das ist gar nicht das, was mich so beschäftigt, sondern es ist ja schwer, das nachzuvollziehen, was du erzählst, wenn man es selber nicht erlebt hat. Exakt, exakt, genau. Ja. Und du sagst ja selber, selbst im Freundeskreis kannst du es nicht voll und ganz vermitteln, dass du vor Gerichten und Behörden, wenn ich dich richtig verstehe, um dein Recht und auch das Recht deines Kindes mit seinem Vaterzeit verbringen zu können, gekämpft hast und die Gerichte dir eben dieses Recht und auch deinem Sohn dieses Recht nicht zugestehen. Ja, oder auch gar keinen Weg irgendwie dahin zeigen irgendwie. Vielleicht mache ich ja einen Fehler, ja, vielleicht mache ich ja irgendwas falsch oder sonst irgendwas, aber dass man halt dann wenigstens halt irgendwie so einen Weg gezeigt kriegt irgendwie. Das ist auch nicht vorhanden irgendwie, ne? Ja, wenn man sagen würde, ja, also wir sehen bei Ihnen Defizite als Vater oder wenn man sagt, das Kind ist noch zu klein, aber wir haben da einen Stufenplan, ja, nach dem ersten Jahr können sie dann so oft, und nach, wenn das Kind drei Jahre alt ist, können sie es am Wochenende nach Hause nehmen und wenn es fünf ist, dann können sie das Kind zur Hälfte in der Ferien haben oder wie auch immer. Ist nicht vorhanden irgendwie. Es wird halt bei der Gerichtsverhandlung, wird halt dann immer auf die Mutter geguckt und die Mutter macht halt nur so, also das heißt dann nein bei ihr, sie muss halt dann auch wirklich nichts sagen und der Richter guckt sich halt dann so mit großen Augen an, ach, die Arme und dann guckt er mich an und dann weiß man halt dann schon halt irgendwie, was da halt zu machen. Und was ist, wenn du so machst? Nein, das ist eigentlich eine gute Idee, aber das habe ich bestimmt auch schon mal gemacht. Stimmen Sie Ihre Ex-Frau zu? Es ist ein bisschen aber, es ist wirklich so, ja. Das hat auch meine Anwältin, hat mich halt dann auch darauf hingewiesen, ja, die Mutter hat sich wieder geäußert. Ja, was passiert dann, das ist halt dann das Problem, das ich halt nicht gesagt habe und dann später wird mir das vom Jugendamt halt dann vorgeworfen irgendwie, ja, so, aber sie hätten doch Stellung dazu nehmen können. Ja, genau. Ja, das ist, also, ich rede ja mittlerweile mit vielen Vätern und es deckt sich mit meinen Erfahrungen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo es um meine Kinder geht. Die Frage ist ja auch immer, was macht es mit den Kindern? Was denkst du, was macht es mit deinem Sohn? Was hat es für Auswirkungen auf ihn, wenn er, also hoffen wir es nicht, ja, ich hoffe, dass es sich ändert, aber wenn er jetzt über Jahre hinweg ohne leiblichen Vater aufwächst oder ihn nur dann sieht, wenn noch eine fremde Person dabei ist und er ja auch in diesem betreuten Umgang die Intimität gar nicht aufbauen kann zu seinem Vater. Was passiert da mit deinem Sohn, was denkst du? Also, ja, wie du schon sagst, also ich hoffe halt dann irgendwie entsprechend der Situation, dass es halt dann trotzdem halt dann irgendwie sich gut entwickelt. Also die Hoffnung ist halt dann auf jeden Fall da. Ja, das ist halt, man versucht halt dann irgendwie nicht halt dann zu sehr an das Schlechte zu denken, weil oft ist es so, dass Menschen, ich eingeschlossen halt dann irgendwie so Selbstprojektionen machen. Wenn man halt dann an schlechte Sachen, wenn man negativ denkt, dann passieren diese negativen Sachen halt. Wenn man währenddessen halt dann an positive Sachen denkt und halt dann einfach die Hoffnung halt dann irgendwie hat, dass halt dann irgendwie eine höhere Macht, sag ich mal, hingeht und dich halt dann irgendwie trotzdem halt dann irgendwie und deine Lieben halt dann auch auf die richtige Bahn lenkt halt. Also deswegen versuche ich halt dann da insofern halt dann auch positiv zu denken, hauptsächlich. Also grundsätzlich, Kinder brauchen definitiv einen Vater, also das steht außer Frage. Man kann nicht irgendwie hingehen und halt dann irgendwie so, wie bei uns der Jugendamtsmitarbeiter halt dann so tun, als ob der Vater irgendwie Teil einer Gleichung ist, die man halt einfach mal rausnehmen könnte. Und dann wird halt schon alles gut. Also man erzieht sich sozusagen halt dann einfach eine kaputte Gesellschaft dadurch halt dann irgendwo von alleinerziehenden Müttern, die vom Staat in den allermeisten Fällen, wo ich das halt dann mitkriege, eben supported werden, dahingehend, dass sie halt dann irgendwie ihren Lebensstil als alleinerziehende Mütter halt dann irgendwie aufrechterhalten können. Also das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Und sag mal, warum ist dein Vater wichtig im Leben eines Kindes? Ja, für die Entwicklung, für die psychologische Entwicklung, für die, also damit das Kind halt dann auch lernt halt dann irgendwie zu unterscheiden, halt dann irgendwie damit das Kind weiß halt dann irgendwo es ist, damit das Kind halt dann weiß, wo es halt dann irgendwie hingehen kann. Das kriegt von der Mutter, das kriegt es von dem Vater, in Form von Vorbildfunktion zum Beispiel sind Väter halt dann sehr wichtig. Also es gibt eigentlich nur Gründe dafür halt dann irgendwie nicht so, dass halt dann von den Behörden halt dann irgendwie gehandhabt wird, dass sie halt dann Geld überweisen und danach halt dann komplett überhaupt gar keinen Wert mehr halt im Prinzip halt dann. Das ist totaler Quatsch irgendwie. Als Mensch keinen Wert, ja. Also quasi nur als Arbeitskraft oder als finanziell, wenn es einen Wert hat, aber als Mensch nicht. Also wenn man halt dann nicht so, da denkt man sich, was bin ich dann eigentlich? Irgendwann könnte ich mich halt dann irgendwie in den Nährtank irgendwie einsperren und, keine Ahnung, meine Säfte halt dann irgendwie von mir absapfen oder sowas. Also halt dann um die davollende Generation halt dann irgendwie hochzuzüchten im Labor oder sonst irgendwas. So wie bei uns halt im Labor halt jetzt. Und was denkst du, was kannst du ganz konkret deinem Sohn beitragen? Hast du eine Geschichte, eine Erfahrung mit ihm, wo du gemerkt hast, ja, genauso kann ich als Vater ihm eine Bereicherung sein? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Das vollzieht sich halt dann auch oft in abstrakten Bahnen irgendwie. Es sind so Kleinigkeiten des Alltags halt dann irgendwie. Es sind halt die eigene Entwicklung, der eigene Umgang. Wie gehe ich mit bestimmten Dingen im Leben um? Wie bewerte ich die? Man erkennt halt dann auch in seinem Kind halt dann auch so ein Stück weit sich selbst halt dann auch. Da denkt man sich, hätte ich das genauso gemacht oder so. Also so kleine Sachen sind das halt dann irgendwie, aber die summieren sich halt dann auf. Oder, hey, das hätte ich vielleicht nicht so gemacht. Da brauchst du fünf Jahre Entwicklung, um da halt dann dahinter zu steigen. Oder ich sage dir einfach als Vater und dann weißt du das halt dann irgendwie. Weil du bist halt genauso wie ich eben. Also du als mein Kind bist ja genauso wie ich. Also dem kann ich dir das halt dann sagen. Du hörst halt dann auch auf mich auf. Aber weil du genau weißt, weil du genau spürst halt dann irgendwie das da, dass ich sozusagen auch derjenige bin, der halt dann auch sich halt dann um sein Wohlbefinden halt dann auch kümmern will. Das vollzieht sich halt dann sehr in seinen abstrakten Bahnen halt dann irgendwie. Aber meine kennt sich wirklich sehr wieder. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du gern den männlichen Teil in ihm halt zur Entfaltung bringen? Das gehört auch dazu, würde ich sagen, halt dann auch irgendwie. Also das ist jetzt nicht ausschließlich, aber das ist halt auch ein Teil halt dann auch seines Wesens, seiner Identität halt dann auch. Und den hat er ja quasi automatisch auch über deine Gene in sich, ja, über Epigenetik. Da bist ja du auch viele Frömer darin als ich, ja. Also da wissen wir ja, dass soziale Umstände, Psychologie, ja, also der eigene mentale Umstand sich auch auf die Gene auswirken. Und das ist ja alles von den Generationen vor dir und alles, was in dir an Lebensweisen, Ansichten, kulturellen Einflüssen da ist, in die Gene gegossen. Genau. Dann hat es deinen Sohn, ja, also den Anteil von dir und auch den Anteil seiner Mutter. Und der kann ja jetzt nicht zur, ich sage mal, bewussten Entfaltung kommen, weil der Vater fehlt. Er hat niemanden, der ihm zeigt, wie dieser Anteil gelebt werden kann und vielleicht ja auch, was denke ich dir als Wissenschaftler auch wichtig ist, reflektiert werden kann. Und dann auch wieder neu geordnet werden kann, um wieder sozusagen besser in den Genpool eingefügt zu werden. Ich hoffe, ich habe mich irgendwie verständlich ausgedrückt. Das war sehr verboten. Du hast schon recht, aber ich würde halt dann auch wirklich nicht zu sehr halt dann nur auf die genetische Ebene halt dann irgendwie gehen. Also das ist ja auch das, was wir halt dann auch von der Wissenschaft her halt dann auch mit unseren Methodiken halt dann auch wirklich nicht erfassen können. Die Genetik ist halt dann nur ein Teil davon und das können wir halt dann irgendwie erfassen. Das ist eigentlich ziemlich gut und sehr interessant halt dann auch. Das hast du sehr schön und sehr richtig halt dann auch veranschaulicht in meinen Augen. Aber es geht halt dann auch sozusagen halt dann auch um, was weiß ich, die Botschaft halt dann irgendwie. Man transportiert halt dann auch jenseits der Gene und so weiter. Oder auch, wenn man die Gene halt dann auch mit einnimmt, wie gehe ich denn überhaupt damit um halt dann irgendwie? Was bedeutet das alles? Wieso ist meine Wahrnehmung so, wie sie ist halt dann eben? Oder wie kann ich das Beste draus machen? Und so weiter und so weiter. Und das sind halt dann Sachen, die nicht halt dann irgendwie dem eigenen Kind irgendein Günther oder Klaus halt dann irgendwie beibringen kann. Weil der hat ja mit meinem Sohn nichts zu tun halt dann irgendwo und Gott sei Dank ist das halt dann auch so. Und da ist halt dann wirklich für jedes Kind halt dann der eigene Vater halt dann auch irgendwo zuständig, das halt dann irgendwie zusehen. Vorausgesetzt der Vater ist natürlich wohlmeinend. Es gibt natürlich halt dann auch andere Fälle, selbstverständlich. Aber in meinem Fall zum Beispiel kann man das halt nicht sagen, dass ich irgendwie eine Kindeswohlgefährdung für mein Kind wäre. Also ich fasse mich da halt an den Kopf, damit ich sowas höre irgendwie. Also ich fasse mich da echt an den Kopf. Also es war halt wirklich halt dann gesagt, wenn ich wäre, also es war halt dann wirklich danach halt dann einfach nur damit die Mutter, deswegen erkläre ich mir das, nur damit die Mutter halt dann irgendwie alleine Zugriff auf das Kind hat, bin ich halt in irgendeiner Form eine Kindeswohlgefährdung, so total verklausuliert um alles Mögliche herum. Nur damit halt dann irgendwie die Mutter das Kind hat und damit halt dann, glaube ich, von dort die Behörden halt dann eher Einfluss halt dann oder Einfluss halt dann auf die Mutter halt dann eben ausfällt. Da fragt man sich, warum machen die das halt dann irgendwie? Warum machen die das halt irgendwie? Warum lässt überhaupt die Mutter sowas zu? Irgendwie das frage ich mich halt dann auch manchmal. Hört sich an, als wäre schon allein der Fakt, dass ein Vater sich um Kontakt mit dem Kind bemüht, eine Bedrohung für das Wohl des Kindes, weil die Mutter sich dann damit unwohl fühlt. Und was ist, wenn die Mutter Unrecht hat? Also das wird ja überhaupt nicht gefragt. Ja, es geht ja anscheinend nicht um das Recht, sondern es geht um das Wohl. Und dieses Wohl wird definiert von Richtern, Jugendamtsmitarbeitern, Psychologen. Und die sagen uns dann, was das Wohl unserer Kinder ist und anscheinend bist du eine Gefährdung für deinen Sohn. Weil ich halt offensichtlich nicht irgendwie auf einer Ebene bin mit diesen Leuten halt dann irgendwie eben, weil ich vielleicht eine andere Vorstellung gleich habe. Okay, jetzt wird es interessant. Du denkst also, die Jugendamtsmitarbeiter, Richter und anderes Fachpersonal, mit dem du zu tun hattest, die denken anders? Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt ja wirklich, so wie ich das halt dann beobachten kann aus den letzten Jahren, es gibt halt dann diese menschliche Ebene. Die läuft halt dann irgendwie zum Beispiel zwischen dem Mitarbeiter des Jugendamts, zwischen dem Richter im Amtsgericht und so weiter. Es gibt halt dann diese übergeordnete, diese staatliche Ebene halt dann eben. Und das ist mir halt dann wirklich sehr bewusst gewesen. Und ich habe zum Beispiel zu diesen Leuten menschlich überhaupt gar keinen Kontakt, da werde ich abgeblockt. Der Richter, der interessiert sich halt überhaupt nicht, was ich ihm erzähle. Nicht nur, ja gut zur Kenntnis genommen, demokratische Grundrechte gewahrt, aber ich ignoriere es trotzdem mal. Der Jugendamtsmitarbeiter genau das Gleiche, man redet mit dem und der tut halt dann auch total menschlich halt dann irgendwie. Und dann, nachdem man halt dann irgendwie mit ihm geredet hat, merkt man halt dann auch, der Jugendamtsmitarbeiter ist halt trainiert auf Phrasen irgendwie. Er will halt auch nicht wirklich mit dir reden, er will einfach nur seinen Job machen. Und da kommt halt dann eben, glaube ich, diese staatliche Ebene halt dann irgendwie zum Zugriff, zum Zug. Weil die diktiert im Prinzip, wie diese Menschen mit anderen Menschen halt dann irgendwie umgehen können. Und das scheint halt dann irgendwie schon total nicht mehr für die Menschen zu sein, sondern irgendwie für ein anderes Interesse da zu sein. Also vielleicht für eine politische Agenda oder sowas. Oder vielleicht für eine bestimmte Form einer Ideologie, die halt irgendwie anfört. Weil ich kann jetzt wirklich nicht begreifen, dass man das an den Menschen auf menschlicher Ebene nicht veranschaulichen kann, was eigentlich einen bewegt. Vor allem, wenn der Jugendamtsmitarbeiter mich halt dann auch mehrmals bei der Gerichtsverhandlung gefragt hat, ja, was wollen Sie denn eigentlich überhaupt? Also, dass mir überhaupt zur Frage gestellt wird, ist schon ziemlich konfus eigentlich. Ja, was wollen Sie denn eigentlich überhaupt? Ja, was glauben Sie denn, was ich will? Ich bin nur hier, damit ich halt dann mit meinem Sohn Umgang haben kann, damit ich intim, wie du sagst, halt dann irgendwie Umgang mit meinem Sohn habe. Und damit ich halt dann nah bei meinem Sohn bin halt dann irgendwie. Und er fragt mich wirklich, ja, was wollen Sie denn eigentlich überhaupt? Aber das habe ich doch schon bereits im Antrag geschildert. Also, da wird man echt nur verrückt, wenn man halt dann irgendwie nachdenkt halt dann darüber. Du bist als Vater schon Gericht, weil du dein Kind fast nicht mehr siehst und dann wirst du gefragt, was du denn eigentlich willst. Was wollen Sie eigentlich, Herr Kotsch? Das wurde ich mir aber als gefragt vom Jugendamtsmitarbeiter. Und da ist eine, ich denke mal, eine Riesendiskrepanz für dich da, weil, wie stellst du dir denn eigentlich vor, wie es sein sollte als Vater? Solltest du vor Gericht gehen müssen, um deinen Sohn zu sehen? Nein. Ich bin damals vor Gericht gegangen, vor vier Jahren, weil mein Sohn verschwunden ist und weil die Mutter mehrmals schon bereits zur Sprache gebracht hat, ohne dass ich da irgendwie da was gemacht hätte nochmal, dass sie das Kind ins Ausland bringen möchte, bringen wird. Und sie hat mehrmals gesagt, wir brauchen dich nicht und ich gehe mit dem Kind ins Ausland und so. Und das hat sie mehrmals gemacht und mehrmals gemacht und mehrmals gemacht. Und deswegen bin ich damals halt dann vor Gericht gegangen, weil ich gedacht habe, okay, das Kind ist jetzt wirklich im Ausland gelandet. Irgendwo, wo ich halt dann überhaupt keinen Zugriff mehr, also wo ich halt überhaupt gar nicht mehr weiß und jetzt halt dann wahrscheinlich nicht wieder. Und da komme ich halt dann wieder auf die Ängste, die du halt dann auch vorhin halt dann auch angesprochen hast. Und da weiß man halt nicht, was man sagt, okay, da gehen wir halt dann zu stark, denken sie als deutscher Staatsbürger, hilf mir, da ist irgendwas im Argen halt dann irgendwie. Und dann geht man da halt dann hin und dann heißt es, ja, was wollen sie eigentlich überhaupt? Das ist ja ein Albtraum. Das heißt, du kommst nach Hause, weil der Surfer in der Arbeit ausgefallen ist. Die Wohnung ist halb leer geräumt. Dann hast du wie lange nicht gewusst, wo dein Kind ist? Ich will jetzt nicht lügen, aber also zwischen Juli, Juli kam er weg, September war die erste Verhandlung, wo sie nicht angekommen ist, soweit ich mich erinnern kann. Und Oktober, November, also ich habe ihn halt dann erst wieder im Januar gesehen. Das heißt, so kurz davor, muss im Oktober, November vielleicht halt auch bei den Feiertagen gewesen sein, wo da halt dann irgendwie... Also so drei, vier Monate wusstest du gar nicht, wo dein Sohn ist? Drei, vier Monate wusste ich auf jeden Fall nicht, wo er ist. Ja, also bis zum September wusste ich das halt auf jeden Fall. Okay, also du kommst nach Hause, Wohnung halb leer geräumt, drei, vier Monate weißt du nicht, wo dein Sohn ist und dann spulen wir nach vorne und dann hörst du, warum sind sie eigentlich hier? Genau, dann spulen wir nach vorne und warum sind sie eigentlich hier? Das ist in Freiburg halt hauptsächlich immer passiert. In Tübingen war der Jugendamtsmitarbeiter noch nicht mal vor Ort irgendwie, der ist noch nicht mal gekommen. Und in Freiburg wurde mir das halt dann mehrmals gesagt vom Jugendamts. Und gleichzeitig fragst du dich, warum muss ich eigentlich als Vater überhaupt vor Gericht, um meinen Sohn zu kämpfen? Wenn ich dann um meinen Sohn kämpfe vor Gericht, dann kriege ich meine Rechte nicht und meinen Sohn auch nicht. Ja, ja, ja. Und man wird halt, ja, man ist halt irgendwie so total baff einfach irgendwie, steht man halt dann so da, okay, breitet schon im Kopf halt dann den nächsten Antrag vor, so lange, bis die halt dann irgendwie mal blicken, bis da halt dann irgendwie was nicht ganz okay ist irgendwie. Ich muss als Vater doch nicht rechtfertigen, warum ich mein Kind sehen möchte, weil wenn ich halt dann überhaupt nichts halt dann irgendwie habe, was irgendwie nachweist, dass ich eine Kindeswohlgefährdung bin. Warum muss ich denn irgendwie dem Staat gegenüber oder dem staatlichen Repräsentanten gegenüber erzählen, dass ich mein Kind irgendwie besummele, das ist doch totaler Quark, das ist, das ist eine totale Repression, das ist wirklich total oppressiv, was da halt dann irgendwie läuft. Also es wird dir etwas vorgeworden, das nicht beweisbar ist, nicht belegbar und auf dieser Basis wird dir dein Kind staatlich per Gericht entzogen. Ja, ich habe auch das Gefühl irgendwie, wenn sowieso das eine Argument gegen mich nicht hält, dann wird halt dann einfach irgendein anderes Argument rausgeholt. Hauptsache irgendwas greift da halt dann, also irgendwas passiert da halt dann irgendwie. Also Hauptsache, man kann halt, also so kommt es bei mir halt an, wie gesagt, sehr subjektiv, Hauptsache ich kann halt mein Kind nicht sehen. Ich bin halt dann aus dem Leben, aus der Lebenswirklichkeit des Kindes sozusagen total entfernt. Ja, okay. So kommt es mir vor. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit, als du noch die Vision hattest, ihr würdet in der Welt herumreisen als Kleinfamilie und euch dem Tag hingeben und andere Menschen und andere Länder erleben. Hättest du in dieser Zeit gedacht, dass es so vor einem Familiengericht abläuft? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Hundertprozentig nicht. Nein, wusste ich nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Was hat sich in deinem Denken verändert seitdem? Was denkst du über dieses Land, über diesen Rechtsstaat, über diese Demokratie, über die Behörden, über die Menschen, die hier leben, die Gesellschaft, Blick auf den Vater? Ich mache jetzt mal das ganz große Fass auf, der Blick von ganz oben. Was denkst du? Also ich habe überhaupt null Vertrauen. Null. Also ich bin nicht paranoid oder sowas irgendwie. Ich weiß, dass man hier halt dann auch irgendwie in Frieden halt dann irgendwie vor sich halt in dem Leben leben kann und so. Aber also ich versuche jetzt halt dann, also den ursprünglichen Gedanken so weiter halt dann fortzufinden und einfach aus diesem Land halt dann abzuhauen, ehrlich gesagt. Und dann halt dann das halt dann irgendwie vielleicht anders zu probieren. Also anders heißt halt dann irgendwie auf legalem Wege natürlich halt dann irgendwie. Das heißt, du willst Deutschland den Rücken kehren aufgrund deiner Erfahrung? Ja. Kehrst du dann auch deinem Sohn den Rücken zu oder kannst du den dann weiter sehen? Ja. Also du würdest nicht so weit weg gehen, dass du gar keine Chance mehr hast, deinen Sohn zu sehen? Nee, nee. Okay. Wie sollte es eigentlich sein? Was wäre dein Wunsch? Was war eigentlich, als du das erste Mal ins Gericht gegangen bist, was hast du gedacht, wie es da laufen würde? Wie sollte es sein? Also ich dachte, dass da halt dann irgendwie so eine Art von Vermittlung oder sowas halt dann irgendwie stattfindet. ist, dass da die Angestellten, die Beamten, Behörden, Richter, was weiß ich, halt dann mit solchen Situationen vertraut sind. Und bis da die Leute halt dann eben entsprechend halt dann an, ich weiß nicht, beraten werden, irgendwie zusammengeführt werden vielleicht halt dann irgendwie. Aber das war halt dann genau das Gegenteil davon. Also das war ja totale Kälte eigentlich. Also seit vier Jahren drängt sich mir halt wirklich der Begriff des Schreibtischtäters irgendwie ständig auf. Und das ist unglaublich einfach, das ist einfach unglaublich. Also so, das ist keine Art irgendwie. Also so definitiv nicht. Zum Abschluss unseres Gesprächs. Was wünschst du dir für deinen Sohn? Willst du, dass er auch mal Vater wird in so einer Gesellschaft, in so einem Rechtsstaat? Was muss sich ändern? In was für eine Welt willst du, in was für ein Land willst du, dass er hineinwächst? Als potenzieller zukünftiger Vater. Also ich wünsche mir halt dann irgendwie für ihn, dass er halt intelligenter und offener Mensch ist halt dann irgendwie, der halt dann offen für Sprachen, Kulturen und halt dann alles Mögliche halt dann irgendwie offen ist. Also das ist ja halt dann auf jeden Fall nichts zu, ich weiß es nicht, zu einem Untertanen oder sowas. Also das ist halt dann irgendwie sowas vielleicht irgendwo. Ansonsten halt dann hoffe ich halt dann das Beste halt dann für mich. Okay. Danke, Cenkis. Ich merke, es war nicht leicht für dich, für mich auch nicht. Gerade jetzt am Schluss wird es ja emotional und da kann keiner von uns vätern. Kann und soll sich auch vor seinen Emotionen nicht fürchten, retten, herausreden, sie beiseite schieben. Ich habe dich als liebevollen Vater erlebt hier. Ich wünsche dir, dass du deinen Sohn regelmäßig sehen darfst, dass er auch euch alleine sehen dürft, dass du voll und ganz Vater nur mit ihm sein kannst, wie es dir ja auch zusteht. Ja, und danke für deinen Mut, hier von dir zu erzählen und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und deinem Sohn auch. Danke. Danke.